Hallo meine Wolf-Lines, Willkommen zu Dead by Delight. Genau, ich spiele hier den Demogorgon, denn die liebe Let's Play Aurora hat sich diesen Killer gewünscht, anlässlich ihres Geburtstages, den sie heute hat. Ich glaube, da war ein Jake, sie hat sich auch folgende Perks gewünscht, stürmische Brutalität, bzw. erst war es nur brutale Stärke, Stromstoß, Stromstoß, eiserner Griff und brutale Stärke. Dann hat sie sich nochmal ausgebessert, dass sie stürmische Brutalität meint und dann hatte ich leider keine Antwort mehr bekommen, meine Liebe, was du stattdessen wolltest, aber weil ich mir das vierte Jahr aussuchen durfte, habe ich mir gedacht, ja dann nehme ich doch brutale Stärke einfach trotzdem mit, äh, stürmische Brutalität und ich labere hier in den Müll zusammen, es tut nur so leid. Ist runtergesprungen, oder? Ah ja, interessant, okay. Ich gucke einfach mal im Schrank. Keiner im Schrank. Ich habe den Demo-Gock und schon ewig nicht mehr gespielt, deswegen, äh, verzeiht mir bitte. Falls es jetzt nicht ganz so rund läuft. Ähm, ja. Ich mach mal hier. Auch noch auf. Über mir trabst was. Da hab ich. Okay. Oh. Okay. Das war mal nix. Gut. Auch gut. Schön ist beide runtergehüpft. Okay, ein schönes durch. Ah, ich bin so verpeilt, Leute. Da läuft die Sable. Aber mal gucken, selbst wenn es jetzt nicht so gut laufen sollte, dann ist es eben so. Ich habe ja, wie gesagt, schon lange kein Killer mehr gespielt. Ich glaube, jetzt ist die Sable hinterher. Gucken, ob sie die Palette, ach, hier war die Palette gar nicht. Gut. War hier das Fenster? Nein, auch nicht. Aber ich werde es jetzt auch ganz normal schlagen. Denke ich. Ja. So. Dadurch habe ich jetzt ein bisschen Eile. Kein Schen explodiert. Schade. Dann kommst du jetzt hier hin. So. Mach einfach mal hier ein Portal hin. Achso, ich habe ja nur da unten. Okay. Ja. Es kann sein, dass da wieder Dings drauf ist. Oder? Nein. Schrank diesmal? Egal. Ich will jetzt gar nicht zu lange damit aufhalten. Stimmt, ich könnte ja da so ein Ding hin machen, ne? Warte mal. Oh, hi. Hallo, Jake. Habe ich dich? So. Du hast jetzt runtergerannt, ne? Da lang. Oh, diese Kretschspuren hier. Er rennt weiter. Hallo. Okay. Guter Versuch auf jeden Fall. Guter Versuch. So. Hier in den Haken. Ich höre aber keine Chins platzen, oder? Ich gehe jetzt einfach mal da unten hin. Ich mache viel zu wenig Portale. Aber gut. Okay. Ich mache jetzt mal hier noch eins hin. Äh. Hallo? So. Oh, ich bin so ungeübt mit ihm. Es tut mir so leid. Ja, du wolltest das Portal machen, ne, Sable? Ich möchte es aber mal jemand anderes haben. Ich habe dich gesehen, Jake. Okay. Warum in den Keller? Okay. Ich muss mich nicht verstehen, aber auch okay. Nehme ich mit. Nehme ich auf jeden Fall mit. So. Bitteschön. So. Äh. Da hoch. Ich muss mich noch mal gucken. Rennspuren. Warte mal. Ach, hier. Hi. Hi, du, hi. Hi. Ja, dadurch zerstere ich die Paletten ein bisschen schneller. Das ist die Frage. Nein, du springst nicht. Auch gut. Habe ich dich. So. Lade weg durch brutale Stärke. Ach, Steve hat Dingens. Ich glaube, Aufschwung hat der, oder? Kann das sein? Aufschwung oder so heißt das? Hä? Oh. Hättest du dich nicht bewegt, Junge? Hätte ich nicht gewusst, dass du da bist. Oh. Voll daneben. Jetzt habe ich den wirklich verloren, oder? Oder bist du immer noch da hinten? Ja. Okay. Oh, ich sehe hier aber auch wirklich gar nichts, ne? Oh, Mann. Egal, ich muss jetzt zu den Chants. Geh jetzt mal da hoch. Hallo. Hallo. Und, guck mal. Nein. Ich renne jetzt der Säbel nach. Aber ich glaube, an dem Gen war auch jemand. Okay, die Palette liegt schon. Okay. Ich weiß nicht, dass die Palette geworfen wurde. Aber auch okay. Ja, genau. Ich führe mich zu den Gen. Ich habe einen Stromstoß. Haken. Zurück. Mach die Wand hier kaputt. Da habe ich jemanden gesehen. Ich weiß nicht. Ich habe... Dich lasse ich jetzt aber liegen, falls du Dings hast. Ich weiß es ja nicht. Ein bisschen Druck aufbauen. So, habe ich dich. Falls sie einen Scheidungsschlag hat oder so, dann kannst du den jetzt erstmal schön hier aussetzen. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo... Ich bin ein bisschen runtergegangen. Ich habe echt keine Ahnung. Da ist auch jemand gewesen, aber... Hi. Seid ihr beide hier? Okay. Egal. Ich nehme jetzt Dwight mit. So. Geht denn keiner die Sable hochholen? Leute? Ich weiß auch ehrlich, ich sage ganz nur, wo sie war. Die war doch irgendwann im anderen Fenster, ne? Auf der anderen Seite der Map. Also nicht hier, sondern da drüben irgendwo. Wenn sie denn noch da ist. Gitter Dwight wurde gerettet. Jetzt ist halt die Frage, ist die Sable noch hier irgendwo? Das ist halt das Problem mit dem Snacken. Ach, hier ist die Sable. Guten Tag. Hi. Gucken, ob sie sich freiwickeln kann. Hä? Keine Ahnung. Habe ich jetzt echt nicht? Ich habe... Ich weiß es nicht. Heißt, Steve? Ist okay. Ich habe Eis an den Griff. Kein Problem für mich. Ja, guck mal mal, wer die Luke bekommt, ne? Bin ich blind? Achso, manchmal schon, aber... Ja. Kommen Sie mit, junger Mann? Gut, dann haben wir doch alle bekommen. Dafür, dass es der S gar nicht so gut aussah, irgendwie. Haben wir es doch ganz gut hingekriegt. Ich habe halt meine Fähigkeit kaum genutzt, aber... Ja. Schreibt mal trotzdem gleich noch... Tz-T hin. So, jetzt aber nochmal richtig. So während der Runde finde ich das immer ein bisschen schwierig. Also, meine liebe Let's Play Aurora, erstmal vielen Dank, dass du mir immer so liebe Kommentare schreibst. Und auch danke für deinen Pöckbildwunsch. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich wünsche dir, wie gesagt, nochmal alles, alles Gute zum Geburtstag. Lass es dir gut gehen. Lass dich feiern. Und ja, ihr anderen, lasst mir gerne einen Kommentar da, gerne einen Like. Und über ein Abo freue ich mich auch sehr. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020